Wo ist der? Hier unten! Aua, 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 tot! Der kloppt sich hier voll. Aua! Ist da der Boss? Oh, 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 oh! Aua, das tat weh! Also anfangen wird richtig schwer, so die ersten 10 Level. Ah, Quatsch! Aber dann geht eigentlich. Boah, krass, was für ne geile Höhle! Wo seid ihr denn? Ja, ich bin hinter dir. Ich glaub, das ist grad auch jetzt so ein Peter. Ich bin grad auch gestorben. Ja genau, hier ist ne Magier, der mich anzaubert die ganze Zeit. Ja, dann schon. Schlägerei! Oh, wow. Ich lass ja auch hier drinnen, kann das? Das kann natürlich auch sein, aber... So unterirdisch meinst du, ne? Weil da steht ja eh ein Mountain, oder? Ähm, ich bräuchte auch noch diese Emerald Nuggets, wenn wir die finden sollten. Ja, lol, ich glaub, die braucht jeder. Der Peter braucht immer alles. Hier ist sogar so einer. Wie jeden anderen together, echt unglaublich. Der kennst du doch. Naja, bald immer dich greedy LP, ne? Greedy! So. Ja, wow, und jetzt? Hier war ja gar nicht mehr. Ich glaub, irgendwo der ist draußen. Ne Betthilfe! Tötet sie! Geil, ein Pilz! Zack! Ja, Gold! Und da ist ein Matsch. Jawoll, noch ein Schwert. Eisen! Alles wird hat viel nicht mehr auf dem Map angezeigt. Komm, wie geil, wie geil. Siehst du? Ja, hab ich's gesehen. Die Lichteffekte. Das ist aber geil gemacht. Dodge kann immer nach Hause gehen. Hey, du hast eine Waffe für mich aufgehoben. Schon wieder mit Minecraft verglichen. Der Täter eine Waffe für... Guck mal, gleich mal. Ich hab bestimmt noch was für dich. Oh, Goldnugget. Bam! Emeralds! Oh, was war das? Wir müssen mal gucken, falls die Formeln... Weißt du, wir prügeln uns hier und der Peter steht irgendwo da vorne, ne? Haha, ne ich prügeln mich da. Oh, Emeralds! Da war voll die Bett. Müsst mal gucken, ne? Ihr sammelt auch so Formeln auf. Müsst mal gucken, ob die auch für euch sind oder nicht. Ja, stimmt. Hab ich auch eingesammelt vorhin. Ich hab alles schon. Ja, wenn ihr euch dann alles teilt und so, dann geb ich mir halt Sachen über meinen anderen Charakter. What? Ganz einfach. Nein, du hast es nicht verstanden. Wir teilen das gar nicht. Der Peter will alles haben. Ach so, ja, okay. Jetzt ist hier ne Sackkasse? WTF? Wir laufen die ganze Zeit und das ist ne Sackkasse? Ja, ey. Voll... Weiß nicht, ey. Homos. Aber die Höhlen, die sind doch irgendwie... Sehr gut, war bei... Bei anderen Spielen ja auch. Da wurden die auch erst nachgepatcht. Ja. Wissen die meisten ja gar nicht. Ich mein, da hat sich ein gewisser Let's Player richtig Mühe gegeben, da zu programmieren. Oh, hier ist alles grün. Oh, ich bin hier raus. Das ist voll moderig hier. Das ist voll moderig hier. Töten wir den jetzt? Ja, wenn wir den mal finden. Und wenn wir den dann kaputt kriegen? Das ist ja kein Ding, ich bin ja gut equipped. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ja, wenn wir jemals wieder hier rauskommen. Da oben, da schimmert Licht. Ach da oben. Warte mal kurz, ich will mich gleich mal eben kurz gerne hier in so einen Heiltrank nehmen. Ich wollte auch mal gucken, was ich so hab. Jetzt hab ich auch keine mehr. Oh, hier sind noch ein paar Gegner hier. Ihmchen, zack. Ja, nicht so schnell kaputt und ich komm gleich und grief das. Shit. Ich hätte einen Bogen, aber für Level 1. Ja toll, ich hab fast nur Kriegersachen. Lol. Der gibt euch aber richtig, ne? Bitte? Vor allem einen hier. Ja, der hat uns voll vergiftet, der Typ. Voll der... Vergift da, du. Voll der Omo, Junge. Also bei mir auf der Map ist der irgendwo hier. Ja. Da ist er doch da oben. Steht da doch in der Steilwand, dieser dicke Brocken da. Ich weiß nicht, ob der das ist, aber das kann ja gut sein. Ja, da ist er doch. Äh, lass aber erstmal alles andere töten. Ja, er geht da direkt drauf, du bist so lustig. Ah, Peter! Du Omo! Nein! Ah, Peter, ich glaub das lernen wir nochmal. Ah, Quatsch. Wir müssen das richtig machen. Hilfe, er will mich! Hoffentlich kriegst du dich. Unwohl. Alter, auf den Magier. Boah, ich mach dem gar kein Damage. Ja, der hat auch noch gar kein Damage bekommen, ne? Ne, irgendwie lohnt sich das noch nicht. Hilfe! Alter! Komm, den schaffen wir! Boah, ich hab eins abgezogen, Alter. Was ist los? Ich zieh dem auch nix ab. Ich hab die Agro, glaub ich. Ja, ich lauf mal hier rum. Oh, ja. Ich mach dem Damage mit meinem Rechtsseek, aber nicht gerade viel. Ich auch 0,4, 0,6, 2, Block, Block, Block. Jo, alles auch gemacht. 27, 21, 20, 19. Ey, der ist doch mal viel zu crank. Hilfe! Vor allem, der ist doch voll der Tank. Ja, der ist voll die lange Waffe, ey, guck mal. Egal wo du bist, der trifft dich. Sehr gut. Immer ins Gesicht. Jetzt hat er Agro auf mich. Scheiße. Dann hier hoch. Und tot. Aber gut, zumindest kriegt man nix, wenn man stirbt, so, ne? So, XP-Aps oder so. Ja. Aber wir kriegen den nicht Platz, der... Ne, der ist so heftig. Das ist viel zu krass. Komm, ich spiele jetzt drei Stunden, dann ist er tot. Strategischer Rückzug. Komm, Kollege. Hilfe! Ich hab umgeboxt. Ne, lohnt sich nicht. Rückzug. Okay, lass es abhauen. Weil er dauert viel zu lange. Ja, aber hier kommt auch voll viel... Da seid ihr die Gargoyles? Ja. Das Vampir. Cool, krass. Was? Oh. Oh, da ist einer. Wo seid ihr denn? Bei dem Vampir hier. Neu. Vorsicht, ne? Da kommt jetzt doch was angelaufen. Ne, der ist auch zu heftig. Ja. Ah, den kriegen wir tot mit drei Leuten. Den Vampir? Den Vampir? Ja. Ja, aber guck mal, da hinten kommt noch was. Oh, oh, der Dicke kommt. Oh, ja, lass abhauen. Ich seh's ein. Lass abhauen. Warum denn immer die Dicken? Der ist voll aggro, der rennt voll hinter mir her. Undead. Aua, aua, aua. Oh, der ist platt. Jawoll. Ted ist auch ein undead. Ja, ich bin auch ein undead. Ah, Hilfe! Wo seid ihr denn? Ich bin ja unten in dieser Lücke und schlag mich an den Untoten. Hä? Er hat mich kaputt geschlagen. Boah, hier geht's aber ab, ne? Aber Sebastian, der Berg ist ja nicht so gut. Obwohl, das Castle war schlimmer. Ja. Ah, tot. Lauf um die Ecke, tot. So, was seid ihr denn jetzt? Ich komm mal grad den Berg hoch, wo du drauf bist. Hier, also, ah ne, ich bin beim Pidder. Oh, fuck. Ja, ihr seid lustig. Oh, tot. Ah, tot. Oh, tot. Jetzt hab ich wieder aggro. Na komm, wir treffen uns außerhalb des Berges, oder? Oh, oh. Ja, ich bring noch ein paar mit. Einfach mal weglaufen, bis ihr keine Lust mehr haben. Sonst kommen wir da nie raus. Ja, eben. Hier bin ich. Lol, ey. Eisen. Okay, ich bin Land of Tirodara. Ich bin schon wieder tot. Du bist schon mal weitergelatscht, Sebastian? Ei, ich geh mal sterben. Ne. Weil ich bin schon mal in der Wüste gewesen mit so einem Wasserding. Ach so, das meinst du? Ja. Wüste hab ich schon und ich hab auch schon Wasserbiom entdeckt. Ja genau, Wasserbiom mein ich. Mit einer Wüste dran, so halb. Oh, hier ist untote drei Stück. Arsch. Ah, ich hab jetzt hier grad auch wieder einen am Arsch. Das rennt hier einfach runter, kommt schon. Junge, ich bin Chuck Norris. Ich hab Roundhouse, geht was los? Weil hier ist auch so ne Statue, wo wir uns dann safen können. Safen? Ne, das ist gar nicht so sicher, dass du auch in der Nähe dann halt bei so einer Statue bist. Manchmal bist du auch ein Stückchen weiter weg. Aber passiert. Was ist das denn hier für einer? Oh, ein Planerunner. Den hab ich grad auch rein. Die gehen aber. Ja, die gehen auch. Vor allem mit dem Langschwert ist ganz geil, da kann ich so nen Betäubungsschlag machen. Ach so, dann fliegen die hin, ne? Ja, ja, dann liegen die da kurz die ganze Zeit so betäubt. Mit meinem Roundhouse Kick kann ich das auch. Roundhouse Kick. Okay, sammeln und lass mal gucken, was wir haben. Also ich hätte zum Beispiel Handschuhe. Boah, ich hab eigentlich nix. Die wären für den Ted vielleicht ganz nice. Hier. Warte mal. Schulter für den Ranger, Stufe 10. Gib. Boah, was hast du mir jetzt gerade gegeben? Oh fuck. Handschuhe? Ja, Handschuhe oder Pantollen. Also der ist für den Mage, ne? Hier den Handschuh, den du mir gegeben hast, ne? Echt? Dann gib den nochmal. Der hier. Und diese Bracelets sind auch für dich, ne? Guck mal, die schmeiß ich auch mal hin. Oh ja. Schulterarmor 0,4. Armer 0,4. Ach, wie viel Holz hab ich jetzt eigentlich? Oh, Brace ist aber cool. Ich glaub, da zieht man ein. Ja, okay, vier. Wo kann man denn das Holz sehen? Irgendwo anders bei den Craftsachen da ist? Auf dem dritten Teil, da hast du halt diese Holzstämme. Ah, okay. Zu noch verarbeiten. Zu blöden. Ich hab da jetzt nur Gold Nugget, Iron, Silver Nugget, Cobweb und Schimmer-Mushroom. Yeah! Oh, was ist denn hier vorne? Ist das ein Magier? Ein Böser? Jo, hier ist ein Magier. Dreck mal auf die Fresse. Ey, du Pischer! Okay, vielleicht noch ein paar Rohstoffe sammeln und ein paar Leute verkloppen so. Du brauchst gar nicht rennen, Wizard. Homo. Umgetreten in den Sack. Boah, Alter. So, wir lag jetzt Richtung, Richtung, Richtung Südosten. Da ist auch nur so ein Castle und so. Südosten. Da, ah, hier ist ja die Richtung. Achso, Pitta, kannst du mir vielleicht ein so ein Bracelet wiedergeben? Achso, klar. Weil, ähm, das kann ich nämlich, glaube ich, an mein Schwert dran machen, irgendwie. Welche ist denn besser? Hier vier, vier. Ist das gleiche, glaube ich, ne? Ich hatte noch ein anderes. Oh, Hundi und Herzen war überall richtig gut. Jo. Richter 1, ja, ne? Südosten war richtig. Ja, ich hab's auf jeden Fall aufgeholt. Achso, hab ich aber als Ring schon drin. Irgendwie. Ach, Täti, an so Feuerstellen kannst du übrigens auch noch, äh, so Sachen kochen. So backen. Ah, okay. Aber was sind hier so Feuerstellen da? Äh, ich erinnere mal. Warum bringt er am meisten? Ginseng. Ginseng? Ginseng, super. Ginseng. Herzblume. Zack, 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 zack. Und, äh, Wasserflaschen kannst du im Laden kaufen, die kannst du dann im Fluss voll machen. Und mit den Herzblumen, wenn er tränke. So, dann hohe ich mir mal eben so ein Ding in Reihen hier. Und was denn da? Pinapple plus 1. Was seid ihr denn hier für welche? So, da bin ich wieder voll. Goblins, kriegen wir die tot, die drei? Äh, das sind gute. Sonst hätten die die schon längst angegriffen. Ah. Der rennt direkt neben den beiden. Oh, fuck, oh, fuck. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ne, kannst du, die greifen nicht an. Ich mach grad einen Muffin plus 5. Oh. Gar nix zu fressen mehr, ich sterbe einfach die ganze Zeit. Ist doch auch egal. Ich kann dir was geben. Oh, hier sind Viecher. Was ist das? Hasen? Jo, Hasen. Ja, das wär cool. Ich hab richtig viel. Nur meine Muffins kriegst du nicht. Man kann die noch nicht splitten, irgendwie. Also, wenn man was gibt, dann alle. Aber ich kann dir was anderes geben. Ja, ich kann ja auch. Ja, obwohl. Stirb gar nie. Boah ey. Okay Ted, wo bist du? Hier oben. Wir sind hier hinten. Komme. Ich geb dir lecker Futter. Da ist noch ein Busch. Ach, hier sind auch noch, boah. Ne, da ist gefährlich. Was? Busch? Hier Ted, hier Ted, hier Ted. Ja. Ah, boah, sogar zwei. Die hol ich mir. Liegt das schon da? Warte? Warte, hier die kannst du haben. Warte.